Wir reisen mit Schülerinnen und Schülern im Bildungshub in das Themenfeld Augmented Reality. Was es da zu entdecken gibt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Also wir wollten Augmented Reality hier im Bildungshub sichtbar machen und unsere Wand beleben. Also die erste Idee war, diesen schönen Raum da zu nutzen und das so zu nutzen, dass die Schüler mit uns die Inhalte erarbeiten und die Wand zum Leben erwecken. Aber ich will das jetzt gar nicht zerlegen, sondern ich möchte es mal herzeigen, wie das Ganze funktioniert. Und die Schüler und Schülerinnen sollen kurz erklären, was sie dabei gelernt haben, weil in Wahrheit lernt man bei diesem Augmented Reality total viel über den Umgang mit Medien. Es geht darum, welches Medium wähle ich bewusst aus, wie setze ich es ein. Also es ist ein ganz großes, auch pädagogisch-didaktisches Feld, das man da aufmacht und eine spannende und sehr lustvolle Arbeit. Ja und sehr viel Zeitgeschichte. Ich liebe das. Sie können jetzt gleich etwas lernen. Schauen Sie mal zu, was wir Ihnen da jetzt gleich zeigen werden. Unter anderem mit der Fabia, die uns jetzt gleich zeigen wird, wie das Ganze mit dem Morse-Alphabet funktioniert. Wie kann man so etwas sichtbar machen? Wie kann man so etwas animieren? Wie kann man so etwas von einem möglicherweise langweiligen, schlicht eindimensionalen Stoff in einem Buch zum Leben erwecken? Sozusagen die Figuren dahinter erwecken. Kurz vorab aber noch, wieso gerade das Morse-Alphabet, wieso hast du dich diesem Thema gewidmet? Also ich gehe zu dem Pfadfinanz, seit ich klein bin und da habe ich das Alphabet mal für einen Wettbewerb auswendig gelernt und ich finde es sehr interessant, wie man so etwas zur Sprache entwickeln kann. Also das Morse-Alphabet, um das geht es jetzt auch ganz konkret. Das heißt, das ist so, irgendwann im Leben trifft man sich wieder. Das heißt, das Wissen, das man aus ganz anderen Bereichen des Lebens hat, kann man jetzt sozusagen gewinnbringend einsetzen. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen einmal, was da passiert, wenn man das Tablet auf das Symbol hält. Ja, Hanna, du warst beteiligt bei diesem Projekt, als es entstanden ist. Was ist denn der Teil davon, den Schülerinnen und Schüler beisteuern? Genau. Also es hat jetzt einmal angefangen, dass wir eigenhändig über die drei Physiker und Physikerinnen recherchiert haben und dann mit Absprache der Lehrer auch einige Bearbeitungen gemacht haben und die Texte etwas gekürzt oder eingefügt, was da noch dazugehört. Und haben dann mehr oder weniger professorisch in unserer Schulbibliothek dann die Aufnahmen dafür aufgenommen. Das heißt, es geht zuerst einmal um ein Recherchieren der geschichtlichen Inhalte und dann in weiterer Folge um die technische Umsetzung sozusagen. Und ein Teil, den wir jetzt eben konkret auch hören, das ist auch das Einsprechen der Tonspuren. Ihr seid ja alles Laien sozusagen. Wie wurde denn das auch technisch gemacht? Mit welchen Betriebsmitteln zum Beispiel? Ja, also einer unserer Lehrer hat ein Tongerät mitgebracht, das wir dann in der Bibliothek aufgebaut haben und dann das einfach eingesprochen haben. Und ja. Ja, tolle Erfahrung. Und jetzt ist es hier öffentlich sozusagen im Bildungshub zu sehen. Ja, ich würde sagen, wir schauen einmal, was es sonst noch gibt. Es sind ja hier viele, viele Logos, hinter denen sich dann Filmchen verstecken über die spannende Vergangenheit, über zeitgeschichtliche Informationen von Schülerinnen und Schülern eben recherchiert. Samuel, ein Teil, ein wesentlicher Teil auch von dir. Es geht ja jetzt hier exemplarisch um einige geschichtliche Daten, die wir sehen werden. Um was geht es beim nächsten? Genau, also beim nächsten Film geht es um Alfred Nobel und das ist einfach auch exemplarisch eben für dieses Projekt. Die Grundüberlegung war einmal, dass Schule ja ziemlich vielseitig ist und dass deswegen auch einfach jeder einen anderen und einen eigenen Zugang zur Bildung hat. Und wir wollten jetzt einfach eben mithilfe von Augmented Reality, wo man einfach das Visuelle und Auditative verbindet, einen neuen Zugang zur Bildung schaffen. Das ist zweifellos gelungen. Es ist eine echte Animation, die aber sozusagen dann zum Leben erweckt wird, wenn man eben mit dem entsprechenden Tablet drüber hält. Es stellt sich die Frage, und es sind ja hier wirklich viele, viele geschichtliche Eckdaten, habt ihr das recherchiert oder wer legt den Inhalt fest und wer gibt ihn vor allem dann auch frei? Genau, also den Inhalt haben wir in diesem Fall selber recherchiert. Und der Grundgedanke ist auch einfach, dass Schülerinnen und Schüler eben für Gleichaltrige und Jüngere das selber fabrizieren, einfach um nochmal auf einer anderen Ebene das Wissen weiterzugeben. Und ist das dann eine sozusagen Interaktion? Das heißt, man macht einmal einen Entwurf, zeigt einem einen Lehrer und der sagt, naja, okay, da muss man ein bisschen nachschärfen und dann geht man wieder ins Kammerl und recherchiert weiter? Oder wie entsteht das dann? Also das wird sich noch zeigen, das ist jetzt erstmal nur ein Prototyp. Der Grundgedanke ist natürlich, dass es später auch noch ausgeweitet wird, dass eben auch Schülerinnen und Schüler von anderen Schulen hier mitwirken können, dass wir einfach von möglichst vielen Perspektiven, von möglichst vielen Blickkurier machen können und der Radioaktivität. Hand aufs Herz, ganz ehrlich, hinter wie viel dieser Signets liegt denn schon ein animierter Film? Naja, so wie es der Samuel jetzt gesagt hat, sie sind unsere Piloten, unsere Startpiloten. Das heißt, das sind die ersten drei, die wir jetzt animiert haben und wir wollen es eigentlich jetzt dann auf Wien aufrollen und in Wahrheit jedes Bild hinterlegen und das mit verschiedenen Schulklassen machen. Das ist sehr schön zusammengefasst. In Wahrheit geht es darum, dass die Schüler sich auch inhaltlich einbringen, zusammenfassen und sich überlegen, was sind relevante Informationen, wie gebe ich das an andere Schüler und Schülerinnen weiter? Und ein wichtiger Punkt, den wir bis jetzt nicht erklärt haben, ist, dass wir nicht nur hier auf der Wand diese Augmented Reality App starten lassen können, sondern, dass wenn man sich das Bild jetzt zum Beispiel in den Physiksaal hängt, dass man dann genau denselben Effekt hat. Man geht mit dem Handy, mit dem Tablet hin und man hat das Infovideo. Das heißt, es bleibt nicht nur hier für uns im Bildungshub die Information, sondern die Information wird weiter verteilt und das ist ein schöner Bildungsauftrag. Das heißt, wo auch immer so ein Bild in Zukunft hängt, kann man sich eben die dahinterliegende Animation runterladen und ansehen. Im schulischen Umfeld, aber im Prinzip auch privat überall. Das ist sozusagen, das hat überhaupt keine Begrenzung in der Nutzungsmöglichkeit. Das ist richtig und wir haben nichts dagegen, wenn die Leute dieses Wissen haben wollen. Wir geben es gerne her. Ja, das ist gelebte digitale Praxis, die Projektumsetzung von Augmented Reality aus dem Bildungshub in der Wiblinger Straße. Ja, willkommen zum zweiten Teil unserer sehr spannenden Diskussion über die digitale Bildungsstrategie der Stadt Wien. Und jetzt fragen wir uns, was gibt es denn bereits in den Wiener Schulen? Welche Infrastruktur, welche vielleicht auch Lernunterstützung, welche Collaboration Tools? Wie sieht es derzeit aus? Wir haben große IT-Companies hier. Wir haben aber auch Startups und KMUs. KMUs und wir haben Vertreter der Stadt, der Politik und auch der Verwaltung. Wie funktioniert das aus einem zusammenhängenden Guss? Das diskutieren jetzt. Heinrich Himmer, er ist Bildungsdirektor in Wien seit dem Februar 2017, hat ursprünglich noch als Stadtschulratspräsident begonnen und seit April 2018 ist er jetzt Bildungsdirektor. Zuvor zehn Jahre lang Lehrer für wirtschaftliche Fächer an kaufmännischen Schulen und ist in der Pädagogenausbildung engagiert. Bei uns zu Gast Jörg Neumeyer. Er ist Landtags- und Gemeinderatsabgeordneter der Wiener SPÖ, auch ihr Mediensprecher mit den langjährigen Arbeitsschwerpunkten Digitalisierung, Medien und Bildung und hat lange Zeit auch selbst mit Kindern und Jugendlichen nachmittags gearbeitet. Bei uns zu Gast Anna Relle. Sie ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Ecodemy, ein Start-up zum Thema Kodierung für Kinder und Jugendliche. Es gibt Kurse und Feriencamps und sie war davor in zahlreichen Funktionen in verschiedensten Konzernen unterwegs. Bei uns zu Gast Dorothea Ritz. Sie ist seit 2015 General Managerin bei Microsoft Österreich, ein Digital und Internet Native der ersten Stunde, hat viele spannende Berufsstationen auch in der Welt und bei Microsoft absolviert. Bei uns zu Gast Stefan Siegl. Er ist Geschäftsführer von Schoolfox, einer Kommunikationsplattform für Schulen und hat dort unter anderem das digitale Mitteilungsheft im Gepäck. Mit dabei Ingo Stein. Er ist Apple Professional Learning Specialist, unterrichtet in der NMS in der Kopfstraße im 16. Bezirk, ist dort auch Lerndesigner und E-Learning-Beauftragter. Und mit dabei Helmut Stemmer vom Future Learning Lab. Das Hauptprojekt aktuell ist der EduMaker Space in Favoriten. Das ist ein Innovationsraum für 14 Schulen im 10. Bezirk. Es geht um die Vermittlung digitaler Grundkompetenzen. Er ist ein paar 30 Jahre lang im Bildungsministerium unterwegs. Ja und virtuell zugeschaltet Marvin Peters. Er ist Director Mobile bei Samsung Electronics Austria. Er ist für das Produkt im Bereich Distance Learning, aber auch für Tablets und Smartphones zuständig und kennt vor allem auch alle Tücken, wenn es darum geht, tausende Geräte gleichzeitig ans Netz zu bringen. Über das werden wir ja mutmaßlich auch sprechen. Das ist nichts für schwache Nerven. Ja, wir beginnen also mit der Frage, was gibt es in Wien bereits, welche Infrastruktur, welche Tools, auf was wird bereits zurückgegriffen, welche Best Braxis, auf was kann man da bereits blicken. Anna Rehle, wie sieht es aus aktuell? Wir sind eine Programmierschule für Kinder. Wir programmieren seit vier Jahren mit um die 5000 Kindern in dieser Zeit. Es gibt uns, wir sind aber relativ unabhängig vom Bildungssystem. Wir arbeiten schon mit Schulen zusammen. Das schaut dann so aus, dass Schulklassen zu uns kommen und dort bei uns im Klassenverband programmieren lernen können. Aber dafür benötigen wir Unternehmen, das ist so eine Kooperationsform, die das finanzieren. Also es gibt auf der einen Seite das Schulsystem, wovon wir jetzt sehr viel gehört haben, und auf der anderen Seite gibt es uns außerhalb, die wir aber sehr viel noch auch in dem Bereich haben. Auch für Camps und für Workshops, klassenübergreifend sozusagen, ist ein spannendes Projekt. Microsoft ist ja ziemlich präsent auch im Schulwesen, ganz aktuell, ich sage das jetzt auch als Lehrer. Wie ist denn das Status? Was wird da schon angeboten? Wie weit ist die Digitalisierung fortgeschritten? Ja, also Microsoft bietet ja schon seit 20 Jahren eigentlich für den gesamten Lehrbereich die Microsoft-Plattformen auch umsonst an. Also Microsoft 365 heißt es heute, das ist das, was OneNote und Teams und natürlich auch das Office erhaltet, gab es auch schon vorher. Jetzt muss man nur sagen, durch die letzten Monate ab März haben wir natürlich einfach tausende von Schülern ins Homeschooling und dadurch natürlich einfach auch in diese Nutzung dieser Plattformen katapultiert. Was ich ganz toll fand, ist, wir hatten 7000 Lehrer, die sich online bei uns fort- und weiterbilden haben lassen. Das heißt, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, aber natürlich eine unglaubliche Möglichkeit, dass man hier skaliert. So, die Schüler stehen im Mittelpunkt. Das heißt, es muss immer darum gehen, wie kann ich den Schüler individuell unterstützen, besser zu lernen, auf vielfältige Art und Weise. Und ich denke, wir haben jetzt einfach gesehen, wenn wir als Microsoft ein Stück weit die Plattform geben, wo sich Lehrer, Schüler treffen können, um hier gemeinsam zu lernen, dann kommen wir weiter. Was ich auch gemerkt habe, ich bin ja Mutter von zwei Kindern, das habe ich von der anderen Seite auch gesehen. Der große Benefit, den wir auch gesehen haben, ist, die Schüler lernen von Schülern in der Corona-Zeit. Also dieses soziale Komponente, gemeinsam zu lernen, und Projekte auch aufzubauen, ist etwas, was für die Zukunft super, super wichtig ist. Es war ja schon bemerkenswert, MS Teams war ja eines der Tools, über die zu unterrichten war. Dann gibt es auch Moodle und es gibt auch andere Plattformen, aber jedenfalls war Teams eine sehr starke Plattform. Sie haben schon gesagt, es ist integriert in dem Paket, das den Schulen zur Verfügung steht. Plötzlich waren da alle, das war ja ein Monat vor dem Warten, plötzlich war da jeder, auch ich habe so unterrichtet. War da je irgendwo auch die Möglichkeit, dass das Netz zusammenbricht, dass die Systeme überlastet sind? Wie knapp war es denn eigentlich? Ja, also sowohl die Telekommunikationsunternehmen, die Partner, Ich glaube, wir haben wirklich einen super Job gemacht, unglaublich viel Kapazität zur Verfügung. Man muss sich das vorstellen, da ist Kapazität in zwei, drei Wochen aufgebaut worden. Die sind in den letzten sechs Jahren vorher aufgebaut worden, innerhalb von zwei Wochen. Und das hat geklappt. Manchmal ging das Video nicht, manchmal musste man ein bisschen länger warten und ruckeln, aber grundsätzlich hat das sehr, sehr gut funktioniert. Aber das Wichtigere war, wieso hat es funktioniert, dass die Lehrer plötzlich unterrichten konnten? Ja, Schüler können das sowieso. Also die haben das ja gelernt, mit den Geräten umzugehen. Aber dieses Ich-Lerne-Von-Einem-Lehrer, der das schon kann, ich setze mich da einmal, gucke zu, dann habe ich zwei schweißtreibende erste Unterrichtsstunden, wo ich irgendwie versuche, mit der Technik klarzukommen. Oder auch mehr. Oder auch mehr. Und dann in der dritten läuft das schon ganz gut. Ich lerne von den Schülern, ich lerne von den anderen Kollegen und vor allem die Schüler lernen und unterstützen sich gegenseitig. Das ist, glaube ich, einer der größten Effekte, die wir gelernt haben. Und auch nur so skalieren wir am Ende, weil die Technik ist da. Also hoffentlich nicht nochmal von heute auf morgen mit der Bandbreiten-Elastizität, die wir da brauchen. Aber viel wichtiger ist doch, wie wir die Frage nehmen, wie können wir eigentlich jetzt auf all diesen verschiedenen Leveln, wo die Leute sind, dieses Gemeinschaftslernen auf einer digitalen Plattform nutzen, um wirklich zu skalieren, damit jeder daran partizipieren kann. Das ist in der Tat ein spannendes Thema. Ich kann nur sagen, ich wurde zu Beginn von den Schülerinnen und Schülern eingeladen, auf die Kommunikationsplattform zu kommen. Irgendwann war es so eine Gmadewesen, aber das war nicht nur eine schweißtreibende Stunde. Die Vorbereitungszeit will ich gar nicht daran denken. Aber man wächst ja mit der Aufgabe. Stefan Siegel, von Microsoft zu Schoolfox ist ein spannender Weg, ist sozusagen kein weltumspannender Multi, ist ein Start-up, Stichwort digitales Mitteilungsheft. Wir haben vorher schon im ersten Panel gehört, es gibt einen Haufen Zettel und alles kugelt herum. Das hat die Landesschulsprecherin gesagt, jetzt aber auch aus Sicht der Schulen. Das Klassenburg ist immer so eine Geschichte, das Mitteilungsheft, es ist eine Zettelwirtschaft, wie funktioniert das bei Schoolfox? Genau, wie du richtig schon gesagt hast, ein Spieler, wir sind als digitales Mitteilungsheft gestartet, auch ein bisschen als Ersatz für das Verwenden von WhatsApp, als sicherer Ersatz für das Verwenden von WhatsApp im Schulbereich, was ja so quasi geduldet wurde, aber nicht wirklich erlaubt ist offiziell. Und wir haben dann eben begonnen, die Lehrer, die Eltern, die Schüler zu vernetzen und haben eigentlich so viele schlaue Funktionen hinzugefügt über die Jahre. Wir sind jetzt auch mit Leuten schon fünf Jahre am Markt, haben dann Umfragetools dazugegeben, wir haben Übersetzungsfunktionen in 40 Sprachen gemacht, wir haben Checklisten und, und, und. Ganz, ganz viele Tools und wir sind sozusagen langsam vom reinen Kommunikationstool irgendwo auch zu einem Kollaborations- und Organisationstool gewachsen. Also eigentlich ein schon fast vollwertiger Satz für so ein LMS, das man im Schulbereich braucht. Und dann ist Corona passiert. Und dann sind wir quasi von dem Tool von Regelunterricht zum Fernunterricht und jetzt wahrscheinlich so eine Art Hybrid-Unterricht gekommen und haben eigentlich in der Praxis gezeigt, dass es ganz gut funktioniert hat. Wir haben, kurz vor Corona hatten wir schon über 300 Pflichtschulen in Wien, die Schoolhocs verwendet haben. Das hat dann sich über 5 Jahre nicht gesteigert, aber innerhalb der Schulen, das ist das, was so erstaunlich war, hat sich die Benutzung verfünffacht. Weil am Anfang fast alle Lehrer. Und dann am Ende waren es eben alle oder zumindest fast alle Lehrer. Und das war das Erstaunliche. Und da haben wir uns, weil wir eben den Rückenwind der Stadt Wien haben, auch offizielle Pilotprojekte starten können. Und ja, also das... Das sind ja fast alle Pflichtschulen. 445 gibt es aktuell im Reich sozusagen von Heinrich Himmer im Bereich der Wiener Bildungsdirektion. 445 Pflichtschulen mit 110.000 Schülerinnen und Schüler. Für die ist ja auch primär die digitale Bildungsstrategie jetzt angedacht. In Summe gibt es ein bisschen mehr als doppelt so viele Schülerinnen und Schüler, wenn man jetzt auch berufsbildende Schulen dazu nimmt und andere. Aber eben 110.000 Pflichtschüler. Ingo Stein. Neben der gesamten Apple-Kenntnis und dem professionellen Umgang damit, sind Sie auch E-Learning-Beauftragter. Das war ja ein Job, der war früher ganz okay und gemütlich. Ich weiß das vom DGM. Da haben alle gesagt, ja super, ist sexy, das klingt cool, machen wir mal. Das war dann für E-Learning-Beauftragte plötzlich der Elch. Rückblickend jetzt. Wie waren diese Tage, wie waren diese Wochen zu Beginn plötzlich der Shutdown am 16. März? Keiner war mal in den Schulen, alle waren zu Hause. Wie haben Sie das als E-Learning-Beauftragter empfunden? Also wir hatten das Glück, relativ vorzeitig darauf reagieren zu können. Ich glaube, es war damals der Mittwoch, wo so diese ersten Gerüchte aufgetreten sind, dass am Montag die Schulen schließen. Und wir haben sehr spontan dann geschaut, dass wir einmal sofort noch einmal alle Lehrerinnen und Lehrer an der Schule Schulen in diesem Unterricht des Distancing. Bei uns war das Moodle als Plattform. Wir sind iPad-Schule, damit hatten wir das große Glück, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer, digitale Geräte hatten und es an sich gewohnt waren, damit umzugehen. Ich möchte vielleicht gleich im vorigen Beispiel, ist das so die Frage gewesen, wie alt muss ein Lehrer sein, damit er sich noch darauf einlasst. Ich möchte gleich ein Beispiel dazu sagen. Eine Kollegin, die war da dabei. Die ist im Juli in Pension gegangen, das heißt, die hat das eigentlich noch betroffen, drei Monate. Und die hat aber gesagt, das gebe ich mir jetzt noch einmal. Ich möchte das wirklich lernen, zeige mir das, wie das mit dem iPad geht. Und es hat dann wunderbar funktioniert. Cool, da kommen wir vor sie Tränen. Also man merkt dann schon, was da für Eigenengagement dahinter ist. Das war eine extreme Zeit für uns alle, wahnsinnig belastbar, muss man ganz offen sagen. Und dann drei Monate vom Aufhören, also Respekt. Ganz, ganz, ganz tolles Beispiel. Wichtig ist aber, dass man den Lehrerinnen und Lehrern auch die Tools dann dafür gibt. Ja, ich richte da meinen Appell auch an die Verantwortlichen. Es ist sehr viel gesprochen worden, Schülerinnen und Schüler in Zukunft mit Geräten auszustatten. Ich möchte ein anderes Beispiel nehmen. Wenn Sie heutzutage Gitarre lernen wollen, dann wird die erste Aufgabe wahrscheinlich sein, dass Sie sich selber meine Gitarre besorgen, damit Sie das lernen können. Und daher mein großer Appell, bitte vergessen wir nicht, die Kolleginnen und Kolleginnen, dass die auch unterstützt werden, denn dann nicht funktionieren. Natürlich. Heinrich Himmel kommt eh noch dran, muss das Geldbärsel aufmachen heute, weiß er eh. Jetzt sammeln wir alles ein, was es sonst noch gibt. Helmut Stemmer, Sie sind in den Unruhestand quasi gegangen von der Pension und quasi freakhaft haben Sie sich ja neue Aufgaben her. Das finde ich ja wirklich cool. Gibt es vieles im Schild. Ein Innovationsraum für zwölf bis 14 Schulen im zehnten Bezirk. Es geht um digitaler Grundkonzepte und Grundkenntnisse und all das. Das ist eine freiwillige Vereinigung sozusagen, ein Verein, der sich darum kümmert. Wie ist denn die Ausstattung derzeit von Schulen, wenn wir da von der digitalen Bildungsstrategie gehört haben, wo die Pläne ja sehr hochfliegend sind. Wie ist denn das in der Realität jetzt im Jahr 2020? Das Projekt, das wir hier begleiten, bedeutet EduMaker Space, bedeutet Maker Szene, kommt aus dem angrikanischen Raum. Maker heißt machen. Und wir wollen den Schülern und Schülerinnen einen Innovationsraum schaffen, wo sie das, was sie mit Design und mit Design Thinking verbinden, quasi real umsetzen können. Und dazu hat das Future Learning Lab quasi eine Art Grundkonfiguration ausgetestet, die um quasi 1.000 Euro zu haben ist. Das ist ein Betrag, der für Schulen erschwinglich ist. Und da gibt es einen 3D-Drucker zum Beispiel darum. Es gibt einen Lasercutter, eine Vinylpresse. Und dann können sie hergehen und 3D-Objekte selber kreieren. Sie können Faltobjekte machen. Also die Kreativität sprudelt hier förmlich. Und wir haben hier den Gegenstand Werken in den Mittelpunkt gestellt und die Werklehrer. Und das ist sozusagen ein neuer Lehrplan, der im Entstehen ist, den wir hier vorwegnehmen. Und der den Kids und den Lehrern ermöglicht, quasi mit Werkstoffen neue Erfahrungen zu bringen, aber auch ihre digitalen Grundkenntnisse. Weil die Muster kommen aus dem Internet. Sie werden an eine Maschine geschickt, sie werden modifiziert, sie werden verarbeitet. Und das machen wir in einem kollaborativen Prozess, weil das heute auch schon angeschnitten ist. Und wir bieten das für Volksschulen bis zu den 15-Jährigen, bis zur Polytechnischen Schule an. Und es ist ein sehr, sehr großes und Erfolgsprojekt, das hier ist. Die Schulausstattungen selber, da haben wir Schulen, die haben nicht einmal einen Raum, um so ein Innovationslabor auszustatten. Da haben wir dann mobile quasi so Labore geschaffen oder die Möglichkeit, dass sie zumindest woanders gehen konnten. Und während des Shutdowns, wir hatten am 5. März den Kick-Off des Projektes mit über 40 Lehrkräften. Und am 15. März quasi begann der Shutdown und wir mussten alle Konzepte blitzartig umstellen. Das heißt, wir haben Online-Schulungen angeboten. Die Schumkonferenz war zehn Tage später. Und ich muss auch hier den Lehrerinnen und Lehrern großes Lob aussprechen. Sie haben diesen Wechsel großartig unterstützt und auch mitgemacht. Und hatten dann mit diesen Erfahrungen auch die Möglichkeit, mit ihren Schülern im Remote-Unterricht, also sprich im Auswärts, im Homeschooling, Ideen weiter umzusetzen, sodass die auch zu Hause basteln, werken konnten. Ein tolles Projekt. Ja, 3D-Druck, überhaupt eine große Innovation im Bereich der HTLs. Industrie, vier Prozent, das bringt natürlich auch ein bisschen damit zusammen. Da war die Digitalisierung eh schon lange ein Thema. Aber man sieht natürlich, dass man auch die Lehrkräfte sozusagen heranführen muss. Ja, wenn es stimmt, ist Marvin Peters zugeschaltet von Samsung Electronics. Wir sehen ihn jetzt zwar nicht am Monitor, aber wir werden ihn hoffentlich hören. Bei Ihnen heißt es, und das klingt ja wirklich sehr spannend, Sie kennen die Technik, wenn es darum geht, Dutzende oder hunderte Geräte plötzlich gleich ins Netz zu stellen. Das ist ja irgendein treibender Moment. Samsung ist ein Weltkonzern, aber auch da geht es natürlich dann darum, das muss klappen. Es gibt keinen Plan B, wenn es nicht funktioniert und das Netz zusammenbricht oder die Geräte nicht funktionieren. Ja, es ist natürlich unangenehm. Wie läuft denn so etwas normalerweise und wie sind Ihre Erfahrungen dazu? Tatsächlich ist es eine Philosophie. Wir wollen mal das Lehrpersonal das Lehrpersonal lassen und sich mit einem ITler oder einer App-Enrollment-Person ausbilden. Das bedeutet, dass wir auch wirklich zwei Themenbereiche bescheiden sollten. Uns ist es tatsächlich ein Anliegen, auf der einen Seite in der Ausbildung zu unterstützen, das heißt, den Umgang mit zum Beispiel klären Ermittlungen wie ein Tablet zu stimulieren. Wir haben ja in den vorherigen Diskussionen und den Beiträgen schon gehört. Die Jugend ist sicher, die Techniker sind das sehr gut. Nicht alle sind es gewohnt, aber es ist sehr gut zu lernen, damit umzugehen. Wenn Sie natürlich den Rollout ansprechen, ist genau exakt der zweite Bereich, wo wir, glaube ich, sehr gute, eine führende Rolle haben. Wir als Hersteller haben es natürlich, sind angewiesen an unsere, was wir nennen, Supply Chain, also nicht nur die Planung, sondern was wir nennen, den Rollout ist ein extrem wichtiger Teil. Es ist heute mit vieler Technologie möglich, vom Vorfeld eigentlich bereits zu sagen, okay, welche Apps möchte ich auf ein Tablet haben, auch alle Tablets sozusagen festzulegen und eine Schule oder mehrere Schulen gleichzeitig den Geräten auszurollen. Das bedeutet in der Praxis, dass wir zum Beispiel definieren können, welche Apps sind nicht nur drauf, sondern auch, wann haben Lehrlingen Zugriff darauf, auf welchen Apps haben sie Zugriff darauf, wo haben sie Zugriff drauf und wer kann Zugriff drauf haben. Und das natürlich auch im Rahmen der Datenschutz. Ich habe in der Panel 1 auch gehört, natürlich, wie ein Datenschutz ist ein wichtiger Beitrag, wie man das sehen kann. Aber auch, wie mache ich sozusagen in der Zeit den Rollout, dass es alle Lehrlinge gleichzeitig gibt, aber auch in einer Art Hardware-Pool, was bedeutet es, wenn ein Lehrling sagt, ich habe das kaputt, aber das ist kaputt. Wie schnell komme ich zu einem neuen Gerät? Also auch Schule sozusagen eine Art Reserve anlegen und die sofort einsetzbar sind. Und gerade in diesen Bereichen habe ich extrem viele Erfahrungen gemacht. Wir arrangieren uns schon im Bildungsbereich seit vielen, vielen Jahren und haben natürlich hier die Erfahrung gemacht, wie auch der Lehrling und der Lehrer sehr wichtig ist, Zugriff auf solche Geräte sehr schnell zu bekommen. Ja, die großen Schulrollouts, das ist so ein Thema, das, wenn die Digitalstrategie jetzt umgesetzt wird, wohl auf viele Schulen zukommen wird. Es geht, wie gesagt, in Wien um 240.000 Schülerinnen und Schüler. Es geht um ein Endgerät. Manche haben ja ein eigenes, bring your own device, das ist ja auch so ein Stichwort, wird nicht immer gern gesehen. Es ist quasi auf gut wienerischer Kudelmudel dann entstanden. All das werden wir jetzt an den Bildungsdirektor, der Mann mit der großen Geldbörse richten, Heinrich Himmer. Die Strategie ist das eine, die haben wir gehört im ersten Panel. Jetzt geht es ein bisschen um die Umsetzung. Ich weiß schon, Infrastruktur ist nicht alles, aber klar, ohne Zugang in die digitale Welt wird es das nicht spüren sozusagen. Der Stadtrat hat vorher schon gesagt, 5.000 Laptops wurden da im April aufgetrieben im Lockdown, um auch die mitzunehmen, die nicht mit konnten. Das war eh eine große Aktion, aber das sind jetzt einmal gerade 5.000. Das sind 2% der 250.000 betroffenen Schülerinnen und Schüler. Wie sieht denn das aus mit der Finanzierung der Digitalstrategie im Infrastrukturbereich? Also zuerst einmal bin ich besonders stolz, in so einer Runde zu sitzen wie hier, weil ich mit so gut wie jedem, der hier sitzt, schon in den letzten Jahren zu tun hatte und die einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass meine Geldbörse gar nicht so groß sein muss oder die Bildungsdirektion, weil viele, die hier sitzen, ja weit über das, was sie müssten und was sie bezahlt bekommen oder auch eigentlich unter normalen Preisen anbieten, für die Wiener Schulen zur Verfügung stellen. Das muss man einfach sagen. Und wenn ich jetzt an den Jörg Neumeyer denke, als Gemeinderat und Verantwortlicher dafür, im Landtag und Gemeinderat die Dinge abzustimmen, wenn es um Kinder und Jugendliche in dieser Stadt geht, dann sitzt auch das Geldbörsel bei allen sehr locker, was mich sehr freut. Und ich muss auch sagen, was mich auch stolz macht und das zeigt ja, dass wir solche Runden zusammenbekommen, weil Herr Kolles, sonst würden ja wir zwei da sitzen, wenn es nicht schon Unternehmen, Menschen, Organisationen, Zivilgesellschaft gäbe, die schon seit Jahren daran arbeiten. Und was mich ja besonders freut, das muss ich jetzt auch sagen, ist, wenn hier in diesem Moment der Digital Days 2020 das Wort Bildungshub so oft vorkommt, nämlich eine Kreation sozusagen aus der Bildungsdirektion Barbara Würzelberger und ihr Team, die das sehr intensiv betreiben und wo, glaube ich, jeder und jede schon in irgendeiner Form damit zu tun hatte, dann geht es darum, einerseits natürlich Taschen zu öffnen und zu finanzieren. Ich nehme das auch sehr ernst, was die Elternvertreterin gesagt hat, nämlich es darf nicht zu Mehrkosten der Eltern kommen. Das ist ein wesentlicher Punkt, weil wir wissen, wir wollen ein kostenfreies Schulsystem. Das betrifft, finde ich, auch die Pädagoginnen und Pädagogen. Wir haben in Wien 27.000. Das heißt, wir reden schon von Größenordnungen, wo wir natürlich finanzielle Mittel bereitstellen müssen und wo am Ende des Tages nicht Digitalisierung zum Preis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Kinder und Jugendlichen und Familien gehen kann. Ich glaube, das ist das Interesse aller in dieser Stadt und die Vorbereitungen sind sehr weit und sehr intensiv, natürlich auch in ganz Österreich. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben ja ein sehr vielseitiges, aber auch ein durchaus verschachteltes Schulsystem, welche Zuständigkeiten Gemeinden, Länder unter Bund tragen. Und meine Aufgabe ist ein bisschen, ein bisschen als vielleicht Anstoßer in der einen oder anderen Richtung, vielleicht als Netzwerker zu schauen, dass man alle an einen Tisch bringt und Entscheidungen gefasst werden. Und ich bin sehr stolz darauf, dass die beiden Stadträte Hanke und Hacker, hätte ich jetzt schon was gesagt, das liegt einem immer auf der Zunge, aber der ist auch nicht unwesentlich, wenn es um sozialen Bereich geht, weil wir haben ja auch viele Familien, die es sich nicht leisten können. Da werden wir vielleicht ihn auch brauchen, aber vor allem auch Jürgen Czernohorski, dass es da Leute gibt, die sich hierher stellen und sagen, das wollen wir. Weil das muss man auch nicht selbstverständlich, weil das kann sich jeder auch in zwei Jahren nochmal anschauen und das, was in dieser wunderbaren Wiener Bildungsstrategie drinsteht, in der digitalen, auch ob das umgesetzt wurde. Das heißt, die Politikerinnen und Politiker sind jetzt auch beim Wort zu nehmen und jeder von uns wird das auch tun und jede Lehrerin, jeder Lehrer, jede Schülerin, jeder Schüler, jede Familie wird das auch tun. Ich bin mir ganz sicher, jetzt schaue ich schon zum Jörg, weil er war noch nicht dran und bin ganz kurz, dass auch die Politik jetzt dann gefordert ist, das auch in die Praxis zu bringen und umzusetzen. Genau und dahin kommen wir jetzt eben, das war ja bewusst so, sozusagen der Bildungsdirektor muss das alles einsammeln, was es hier in Ideen und Visionen gibt und vorher in der Bildungsstrategie ja verschriftlicht wurde. Am Ende des Tages braucht es ein Gemeinderatsbeschluss. Jörg Neumeyer, Sie stehen für das Thema Bildung, Digitalisierung sozusagen prototypisch in der Wiener SPÖ bis sonst gar niemand. Sie kennen das also seit vielen, vielen Jahren. Die Bildungsstrategie, die uns präsentiert wurde, hat schon auch eine ziemliche Kostenkomponente in sich. Das ist tatsächlich das Thema der Endgeräte, möglicherweise gar nicht so sehr das, zumindest der Hardware. Ist es eigentlich politisch gewollt, dass Home-Device-mäßig Schülerinnen und Schülere eigene Geräte mitbringen oder sind das doch Dinge, die quasi zur Verfügung gestellt werden? Also wir haben eine klare Antwort, der Kollege Heinrich Himmer aus der Bildungsdirektion, Bildungsdirektor hat schon dann ein bisschen die Rutsche gelegt. Es geht darum, dass unsere Schülerinnen und Schüler in ganz Wien, unabhängig vom Geldbörsel der Eltern, hier optimale Endgeräte zur Verfügung haben. Das sind Dinge, die am Ende vom Tag kosten, aber das ist die Philosophie der Stadt Wien. Da geht es um den digitalen Humanismus, den wir vorhin schon angesprochen haben. Es geht darum, dass auf diesem Weg zur Digitalisierung Europas das gesamte Potenzial aller Schülerinnen und Schüler hier auch wirklich gehoben werden kann. Das unterscheidet uns grundlegend von vielen anderen Städten und anderen Ländern dieser Welt. Das heißt, auch wenn man es sich jetzt nicht persönlich leisten kann, dann wird das, so wie die 5000 Lab Stop, die hat es ja tatsächlich heuer gegeben, im März oder April, das ist sehr schnell gegangen, es wird für alle ein Gerät geben. Das ist ja der große Vorteil an der Stadt Wien mit so vielen Playern, die mittlerweile sehr, sehr gut vernetzt sind. Innerhalb des Rathauses, innerhalb der Bildungsdirektion, darüber hinaus, gemeinsam mit der Privatwirtschaft, gemeinsam mit Unternehmen und zahlreichen Vereinen, hier wird an einem Strang gezogen. Und hier weiß man, was die Aufgabe ist. im Frühjahr war die Aufgabe ganz klar, im Lockdown so schnell wie möglich ein Angebot zu schaffen. Danke für mich darüber, wie viele Lehrerinnen und Lehrer hier mitgegangen sind, wie viele Direktorinnen und Direktoren hier mitgegangen sind. Aber auch ein Dankeschön an die Unternehmen, die sofort eingesprungen sind und zum Unterstützen begonnen haben. Ich glaube, bei dir ist da sehr viel zusammengeflossen, innerhalb von kürzester Zeit, das alles zu managen, zu handeln. Und hier zu sorgen, dass dieses Angebot in Wien auch über den Lockdown zur Verfügung gestanden ist, war nicht einfach, aber es war möglich. Wir haben in vielen Belangen gesehen, wo wir stehen, teilweise sehr weit oben, teilweise haben wir einen Auffangstieg. Und da können wir jetzt mit ein bisschen mehr Ruhe ansetzen und mit der Bildungsstrategie 2030 den nächsten großen Schritt setzen. Resilienz, das war auch so ein Stichwort vorhin der Bildungsstrategie, sozusagen permanent lieferfähig zu sein, auch was Infrastruktur, was Anbindung, was Access Points betrifft, sich auch nicht abhängig machen von nur einem Anbieter. Es sind ja hier auch Größere am Tisch. Also es ist sozusagen ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Ist das wirklich realistisch, dass man sich nicht von einem oder zwei Anbieter abhängig macht? Also ich glaube, und das zeichnet das ganze Bildungswesen aus und du wirst das genauso sehen, die Erwartungshaltung ist, egal ob es um Menschen oder um Dinge geht, nicht nach oben hin endlos und unendlich erweiterbar. Wir wissen, es wird Schwierigkeiten geben, wir wissen, es wird ein steiniger Weg werden und wir wissen, es geht immer darum, Menschen dabei zu begleiten, ihr Ziel zu erreichen. Da gibt es eine Menge an Dingen, die wichtig sind. Wir haben gerade in Wien für die Wiener Schulen als Leitbild die 17 nachhaltigen Ziele der Vereinten Nationen. Die sogenannten SDGs auch festgeschrieben. Wir haben das auch vorher gehört. Es geht nicht nur darum, Digitalisierung einfach mal so hineinzusetzen und zu sagen, jeder hat jetzt seinen eigenen Tablet und Laptop, das verbessert und verändert die Welt jetzt noch nicht automatisch, sondern es braucht dazu ein Rahmenprogramm und auch wohin will man. Und ich bin mir sicher, dass diese Schritte, auch in der Abfolge, notwendig sind, weil einfach nur zu sagen, wir haben jetzt, jedes Kind hat ein Gerät, ist zu wenig und daran arbeiten wir sehr intensiv und da muss man auch sagen, sind die Vorbereitungen ja schon am Laufen und wir haben da schon viele Grundsteine gelegt, dass man mit dem Nächsten rauf kann. Aber eins ist wirklich auch entscheidend, wir dürfen auch nicht überfordern, weder Pädagoginnen und Pädagogen noch Eltern noch die Kinder und Jugendlichen, sondern einfach Erwartungshaltung, aber das ist ein guter Rat überhaupt für Schule und Bildungseinrichtungen, die Erwartungshaltungen nicht ans Maximale anzugleichen, sondern zu sagen, wo startest du als Kind, als Mensch und was sind die Ziele, die du dir auch selber steckst. Wir gehen ja immer davon aus, allen alles beizubringen und am Ende auch allen alles zu prüfen. Das ist kein guter Weg und das ist auch in der Digitalisierung meiner Meinung nach notwendig. So ist es. Die Erwartungshaltung hängt man immer nur als Journalist ganz oben rein, als betroffener Lehrer, eh gar nicht mehr so. Das sind die zwei Herzen in einer Brust. Forelle, Sie arbeiten ja sehr viel in der Praxis mit dem Thema. Wir arbeiten eigentlich nur in der Praxis mit dem Thema und ich möchte eigentlich die ganze Runde mit einem neuen Gedanken nutzen. Wir sprechen hier von digitaler Bildung und digitale Bildung hat eigentlich zwei wichtige Bereiche. Das eine ist die Ausstattung und die Anwendung der digitalen Geräte. Aber das andere ist das sogenannte Computational oder Algorithmic Thinking, wo es darum geht, dass Kinder verstehen, warum Computer das können, was sie können. Dass sie dieses algorithmische Denken verstehen, wo viele auch der Meinung sind, dass das eine Grundfähigkeit so wie Lesen, Schreiben und Rechnen ist. Und das ist das, was mir jetzt noch ein bisschen fehlt. Darüber sprechen wir noch nicht. Wir sprechen viel von Geräten, von der Anwendung. Es ist aber sehr, sehr wichtig, dass Kinder so aufwachsen, dass sie diese Themen verstehen, dass sie einen Grund, sie müssen gerne Programmiersprachen lernen als Kind. Aber sie müssen als Kind verstehen, warum es so ist. Geht es also nur ums Anwenden oder geht es auch um den Blick hinter die Kulissen da? Gibt die Digitalisierung allerdings schon um einiges, einige Auskunft sozusagen? Es geht im Prinzip ein bisschen um beides. Ja, ich möchte ganz kurz noch reagieren wegen Wettbewerb. Also natürlich glaube ich auch aus Sicht der Lehrer und der Schuladministratoren und der Schüler wäre überall das gleiche Endgerät mit den gleichen Inhalten super, weil dann bräuchte ich nicht noch überlegen, neben den ganzen Dingen, die ich lernen muss als Lehrer, wo ist der An- und Ausknopf bei dem jeweiligen Gerät? Also da macht ja bestimmte Dinge Sinn. Auf der anderen Seite, und das macht ja auch der Zusammenarbeit mit der Stadt Wien, mit jedem, der hier sitzt, sind wir auch Partner, weil wir auch sagen, am Ende kommt es darauf an, dass wir bestimmte Standards definieren. Dass wir, also ich bin sehr überzeugt davon, wenn wir Kinder aufmachen wollen, dann brauchen sie Endgeräte, die Stift und Tastatur haben, weil dann können sie auch Referate schreiben und so weiter. Aber dann drumherum, also wie man quasi ihnen das Coding beibringt oder wie man Lernkonzepte umsetzt, wie man die Lehrer mitnimmt und wie man diese Unterrichtssachen dann auch gestaltet, das ist etwas, da brauche ich den Schulterschluss von der Energie und da sind wir glaube ich hier auch alle zusammen, wie wir sind, auch Partner in dem gleichen Zweck. Das heißt also grundlegende Standards, das heißt, wie kann ich alle Geräte in der Schule administrieren? Das heißt, ich brauche eine bestimmte gleiche Plattform. Wie kann ich vermeiden, dass der Schüler seine Aufgaben durch fünf verschiedene Systeme kriegt? Da braucht es bestimmte Standardisieren. Bestimmte Standardisierungen in den Endgeräten mit den Anforderungen, also haben sie Stift und Tastatur und so weiter, sind auch sehr sinnvoll. Aber ansonsten gibt es einen großen Schulterschluss auch und ich bin sehr dankbar, weil dann kommen wir auch weiter. Von dem haben auch alle im Vorfeld gesprochen, von diesem Schulterschluss. Ja, apropos, eines ist zu sagen, diesen Schulterschluss organisiert unter anderem auch Urban Innovation Vienna. Wir sind ja hier in der Digital City Wien, eine Veranstaltung der Digital Days, die es jedes Jahr gibt. Urban Innovation Vienna ist sozusagen für diesen Schulterschluss zwischen der Stadt Wien, den Wiener Unternehmen, aber auch Institutionen zuständig. Und außerdem sehr spannend, wenn Sie uns über den Livestream sehen, wer wie was visualisiert das, was wir hier sprechen. Ein sehr interessantes Projekt. Gibt es auch nicht alle Tage. Sie sehen es jetzt auch eingeblendet. Ja, das Bild wächst und wächst und ist den ganzen Tag Begleiter hier an den Digital Days. Ja, Martin Gieswein ist auch schon den ganzen Tag hier vom Community Management. Moment, wie haben wir gesagt, über Slido können die, die uns zu Hause sehen, mitmachen. Was sind denn wieder die Fragen aktuell und wie viele sind es eigentlich? Wir haben jetzt Dutzende von Diskussionsbeiträgen. Das ist ganz spannend zu sehen, dass also auch die Personen miteinander chatten und eine Diskussion zur Diskussion machen. Da sehen wir, wie spannend die digitale Bildungsstrategie und ihre Umsetzung für die Community, für die Digital City Punkt Wien sind. Ich kann zusammenfassen, dass es natürlich hier in der Diskussion auch darum geht, können wir in Wien noch mehr tun für die Ansiedelung von EduTech Startups, also für Startups aus dem Bildungsbereich. Es ist eine große Diskussion rund um, so wie es auch im Plenum genannt wurde, Abhängigkeit von einzelnen Anbietern. Sind das lokale Firmen? Sind das Firmen, die aus einem anderen Kontinent beheimatet? Und natürlich, wenn es um die Hardware geht, wie schaut es mit der Nachhaltigkeit aus? Sehr positiv ist zu sehen, dass einfach freiwillige Meldungen wiederkommen für die Umsetzung der digitalen Bildungsstrategie. Das sind Partner, mit denen Urban Innovation Vienna und das Kernteam schon zusammengearbeitet hat und jetzt auch in die Umsetzung gehen wird. Und nur um eines zu nennen, da geht es darum, wer sich aller meldet, wo zentraler Lerncontent jetzt schon da ist und wo in Zukunft zusammengearbeitet werden kann. Sehr produktive Diskussion im Chat bei Slido. Ja, hört sich so an. Toll, diese vielen Beiträge. Machen Sie mit, stellen Sie Fragen. Es wird untereinander ja auch beantwortet. Wir können einfach nicht alle abarbeiten. Wir haben irrsinnig viel spannende Gäste hier. Mit jedem könnte man eigentlich eine eigene Sendung machen, aber jetzt haben wir eben sieben und einen extern zugeschalteten, Marvin Peters. Wir haben gehört von Infrastrukturanbietern, von Abhängigkeiten, von großen Anbietern. Frau Ritt sagt, ja, es ist eh okay, wenn sozusagen nicht einer alles liefert. Das hört sich zumindest jetzt einmal sehr nett an. Ob es hinter den Kulissen dann auch so ist, weiß ich nicht. Aber wie sieht denn Samsung das? Nehmen wir mal an, jeder würde am liebsten den ganzen Markt besetzen. Wie sehen Sie das? Sehen Sie das auch so entspannt wie Microsoft? Das ist so entspannt. Wir leben in einem freien Markt, insofern hat jeder seine eigenen Wahl. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist und eins will ich schon noch gerne korrekt stellen, auch hinsichtlich zu meiner ersten Anmerkung. Im April, Mai wurden nicht nur 5.000 PCs geliefert, sondern auch 5.000 Tablets. Ich werde keine Werbung an eigener Sachen machen, aber genau hier hat eigentlich unsere Stärkung gezeigt, wer kann liefern, wer kann liefern. Das ist ein ganz essentielles Element. in der gesamten Kette, die hier spielt. Und insofern würde ich gerne an Herrn Lieber andocken, dass, wie auch der Herr Tjernowski gesagt hat, in seinen vier Bereichen, auf denen die digitale Strategie beruht, mit Schülern, Pädagogen, Eltern und Schulleiter. Ich glaube, dass es ganz wesentlich ist und so würde ich zur Frau wie Zurufe wissen, dass auch der Partner eigentlich ein fünfter Element sind in dieser digitale Strategie. Wir können ganz stark nicht nur im Sinne der Hardware, sondern eigentlich auch in unserer Erfahrung, wie Hardware unterstützt werden kann im Unterricht, von Software Unterstützung etc. Ganz klar darum, dass auch Service-Partners mit involviert werden. Wie gesagt, die Hardware ist nur ein Teil, aber es geht auch darum, vorher in einer der Fragen angesprochen, wie die Nachhaltigkeit. Wie kann man zum Beispiel eine Kreislaufwirtschaft zusammenstellen? Wie kann man sicherstellen, dass die Geräte zurückgenommen werden? Richtig wird verarbeitet, wenn ein ganz neu nach einem neuen Schuljahr. Wie kann man sich sicherstellen, wenn der zu einem Schuljahr geht? Das sind Themen, wofür wir Partner brauchen um die Schulleiter. Und insofern würde ich wirklich verblicken, dass wir in der Künftigen digitaler Strategie für uns starker Partner sind und wir sind in der Künftigen eine davon Mitte von der Partei. Ja, die Servicefähigkeit und die Lieferfähigkeit ist natürlich ein Thema, keine Frage. Das sind große durchaus im Vorteil. Ingo Stein, Sie sind sehr an Apple angedockt, sozusagen auch in dem, was Sie machen und können. Also es gibt hier sozusagen natürlich auch den Wunsch vieler und das ist ja durchaus nachvollziehbar, mit der Stadt in den Geschäft zu kommen. Ich sage das jetzt mal ganz profan und rein betriebswirtschaftlich betrachtet. Ist das sinnvoll, nicht auf einen, sondern auf mehrere parallel zu setzen, so wie Sie jetzt auch die großen Anbieter, wie es Microsoft sagt, wie es Samsung sagt, die wirken ja alle so, als würden sie da mitspielen. Sieht das Apple ähnlich? Also ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und würde sagen, wir haben heute schon gesprochen davon, das Budget zu entlasten. Nutzen wir doch diese Ressourcen der großen Player. Ich möchte jetzt nur als Beispiel von Apple sagen, wir haben hervorragende Curricula zu Everyone can create, jeder kann kreativ sein, zum Programmieren. Wir haben Trainer, die an die Schulen kommen. Ich bin Apple Professional Learning Specialist, wir gehen an die Schulen, wir machen maßgeschneidene Trainings, wir unterstützen Schulen in Coaching und Mentoring Sessions bei diesem Weg. Und das ist etwas, das eigentlich viel zu wenig im Moment noch angefragt wird und das wäre schon einmal eine Möglichkeit, wie wir das Budget entlasten können, indem wir die vorhandenen Erfahrungen und Ressourcen der großen Player hier wirklich einsetzen. Das heißt, ihr würdet euch zur Verfügung stellen, um sozusagen proaktiv und kostenfrei für die Stadt Wien tätig zu werden. Das passiert zum Teil schon bereits. Das ist bereits der Fall in den einzelnen Schulen. Sie nicken, bei Ihnen ist es auch so. Das sind solche Lehrer wie Herr Fleischacker. Herr Fleischacker ist einer von 110 unserer Expert Educator von Microsoft. Es werden jetzt im Augenblick täglich mehr, die ihr Lernen anderen Lehrern beibringen. Lehrer lernen gern von Lehrern, die lassen sich nicht was von mir erzählen. Also am Ende irgendwo ist mal eine grundlegende Entscheidung, ob das ist die unterliegende Infrastruktur und Lernplattform. Aber dann da drauf gibt es ganz viele Möglichkeiten, eben lokale Innovationen. Am Ende geht es immer um die lokalen Firmen und die lokalen Lehrer. Wir könnten überhaupt nicht das vermitteln, wenn wir nicht unsere 1020 Lehrer hätten und unsere lokalen Partner, mit denen wir eben Coding und solche Dinge anbieten. Stefan Siegel, wo bleiben dann Startups und innovative Unternehmen, da gibt es Große, die das quasi von sich aus machen, die Initiative ergreifen wollen und sozusagen proaktiv Dienstleistungen anbieten. Das können sich ja Kleine nicht einfach so leisten, oder? Das ist ganz richtig. Wenn man so zugehört hat, dann denkt man sich auch, Samsung, Microsoft, Apple und Co. teilen sich da den Markt auf. Und zum Gewissen ist das auch, weil die sind halt natürlich schon lange am Markt und da wurden im Vorfeld natürlich schon wichtige und richtige Entscheidungen getroffen. Für uns, also wir haben, nehmen wir das Corona-Beispiel jetzt her, wir sind als einer der Ersten, vielleicht sogar der Allerste, mit einem kostenlosen Angebot unserer Premium-Funktion rausgegangen, gleich am allerersten Tag von uns und haben aber gleichzeitig, also wir haben quasi auf potenzielle Einnahmen verzichtet und haben gleichzeitig aber unser Support-Team verbraucht, also zusätzliche Kosten und das halt als Unternehmen, das jetzt gerade einmal im fünften Jahr der Entstehung ist. Das können sich große Konzerne leichter leisten. Und das ist eben, dass die Stadt Wien sich auch eben zu diesen KMUs und zu den Startups bekennt und hier sozusagen auch schnell Anschaffungsentscheidungen die nicht nur den Großen nützen. Weil das ist natürlich schon ein bisschen passiert. In der großen Krisensituation hat man sich ganz Großen gewendet. Klar, da musste rasch gehandelt werden, aber es ist in der Vorbereitung der heutigen Sendung ganz klar das Commitment der Stadt hier auch Startups und KMUs einzubinden. Das ist die gute Nachfrage. Helmut Stemmer, was sind die Erfahrungen? Sie sind ja da ganz konkret in der Praxis, auch mit dem Beispiel, das ich vorher erzählt habe. Da gibt es die Großen, da gibt es die Kleinen. Wie kommt bei Ihnen das in der Praxis rüber? Wer dominiert den Markt? Naja, wenn man die letzten 35 Jahre überblickt, dann merkt man, dass das ein Hin- und Herschwappen ist. Manchmal ist Education stärker gefördert, manchmal geht es nur um die Kasterln, die man quasi am günstigsten durch Ausschreibungen beschaffen kann. Ich kann mich erinnern, 1984 ist der Gegenstand Informatik integriert worden. Wir hatten große Partner im Bildungsministerium, um diesen Prozess auszurollen und bei der Ausschreibung haben die zum Teil gewonnen, weil sie einfach die Kasterln, sprich als Einzelleistung, billiger anbieten konnten. Und diese Diskrepanz besteht bis heute. Das heißt, was wir heute brauchen, wir haben wieder die Diskussion, große Unternehmen, große Anbieter, aber worum geht es wirklich? Wenn diese Dinge dann am Schulstandort sind, dann fängt die Herausforderung erst an. Das bedeutet, dass eigentlich ein Faktor vier oder fünf an Investitionsmitteln noch erforderlich ist, um diese Erstinvestition in die Breite und auf die Bühne zu bringen. Und wir wissen von unseren Schulnetzwerken, die wir 2002 begonnen haben, E-Learning im Schulalltag hat damals besprochen, da haben uns die Forscher gesagt, der E-Learning-Implementierung hat mit Schulentwicklung zu tun und hat mit Schulorganisationen etwas zu tun, hat etwas mit Personalentwicklung zu tun und daher braucht es jede Schule ein ganzheitliches Konzept, wie sie sich diesen Herausforderungen zu stellen hat. Und daher ist eine der Antworten die, Schule kann sich diesem, wie heute vom Bildungsstaatrat Tschernohorski beschrieben wird, dann stellen, wenn es ganzheitlich denkt und wenn es eine eigene Schulstrategie, die auf den Schulstandort und dann sind wir Individualisierung, nicht nur beim einzelnen Lerner, sondern auch bei jedem einzelnen Standort, jeder einzelne Standort muss quasi eine eigene Strategie entwickeln, die passend für ihn ist, die passend auf seinen Lehrkörper ist, passend auf seine Klientel als Schule und natürlich, man darf nicht vergessen, auch der Schulbau, die Räume, die zur Verfügung stehen, haben einen entscheidenden Einfluss, wie Strategie ausschauen muss und ich denke mir und das ist auch eine Aufgabe des Future Learning Labs, dass wir hier den Schulen hier eine Art ganzheitliche Betreuung anbieten müssen, von technischen Entscheidungen bis hin zu ganz profanen organisatorischen personellen Unterstützungen. Ja, die Schulautonomie ist eh auch ein Teil der digitalen Bildungsstrategie, sozusagen auch manches beim lokalen Management und bei der Verwaltung vor Ort zu belassen und wir haben gelernt, die Geräte sind natürlich nicht alles dann geht es erst so wirklich los, Faktor 4, 5, sehr interessant, dass da mal eine Zahl gefallen ist, da weiß man schon noch, was natürlich auch auf uns alle auch im finanziellen Bereich zukommt, jetzt nicht auf Eltern, die sollen ja geschont werden, wie wir gehört haben, aber jedenfalls gibt es am Ende eine Rechnung und irgendwer wird sie bezahlen müssen. Ja, wir kommen jetzt zur digitalen Videoproduktion oder genauer gesagt zu sogenannten Tutorials, die gibt es ja zu allen möglichen, aber auch unmöglichen Themen des Alltags, viele Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich ja da und stellen so manch Kurioses ins Internet. Ja, in diesem Bereich entsteht auch sehr viel durch ganz persönliches Engagement, sehen Sie selbst. Hey, hallo, ich bin der Michael vom Bildungshaupt Wien und richtig geraten, heute zeige ich dir, wie du schon Gierbälle baust. Hey, da ist wieder der Jakob aus dem Bildungshaupt. Heute möchte ich euch zeigen, wie man seinen eigenen Avatar erstellen kann. Mein Name ist Felix Schudenski, ich arbeite im Bildungshaupt Wien, bin Lehrer und seit diesem Jahr auch YouTuber. Das Bildungshaupt ist eine Informationsdrehscheibe und hat die Aufgabe, Angebote von externen Firmen oder anderen Anbietern so aufzuarbeiten, dass sie leicht von Schülerinnen und Schülern und auch Lehrerinnen und Lehrern gefunden werden können. Dazu gibt es unsere Plattform, die findet man unter www.bildungshab.wien. Das Tolle am Bildungshaupt Wien ist, dass wir direkt an die Bildungsdirektion angebunden sind und alle Informationen, die schnell nach außen müssen oder auch einfach wichtig sind, um den Kolleginnen und den Schülerinnen draußen mitzuteilen können, über unsere Newsletter, über unsere Plattform, aber auch über unseren YouTube-Kanal zum Beispiel nach außen gebracht werden. Video war immer schon eine Herzensangelegenheit für uns. Also wir haben immer probiert, schon nebenbei Videos zu produzieren. Am Anfang vor allem für das W24-Spezial, was im Bildungshub selbst aufgezeichnet worden ist. Die Veröffentlichung der Videos auf YouTube war immer nur so ein Nebenschauplatz. Also wir haben das, was wir ohnehin produziert haben, dann auf YouTube gestellt. Wirklich wichtig ist es dann im März geworden, wo wir mit dem Homeoffice gestartet sind, weil wir dann YouTube wirklich als das genommen haben, was es ist, nämlich eine soziale Plattform. Und ab dem Zeitpunkt hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass unser Fokus auf unserem YouTube-Kanal liegt und wir alles daran setzen, dass wir mehr Abonnenten bekommen und dass so viele Schülerinnen und auch Lehrerinnen wie möglich unsere Videos schauen. Also die Schwierigkeit, jedes Kind zu erreichen oder jeden Lehrer zu erreichen, hängt natürlich immer davon ab, ob man ein Gerät, ein Device hat oder ob es genügend Devices gibt in einer Familie zum Beispiel. Wir haben unsere Videos und unsere Tutorials so aufgebaut, dass man so wenig wie möglich oder mit dem einfachsten Gerät eigentlich alle Inhalte abrufen kann und mitmachen kann. Das ist uns auch ganz wichtig, dass man, selbst wenn man vielleicht nicht das neueste iPhone oder nicht das neueste Smartphone hat, trotzdem mitmachen kann. Mein absolutes Lieblingsvideo ist wahrscheinlich eins meiner ersten Videos, nämlich wie man einen Igel aus Papier faltet. Da habe ich mich echt bemüht und da gibt es verschiedene Einstellungen, da gibt es eine Kamera von oben, da sieht man dann auch die Teilaufnahmen vor dem Igel, die vielleicht ein bisschen zu lang geworden sind, aber und es ist eins der wenig geklicktesten Videos. Also insofern, das heißt auch bei Videos, die einem persönlich sehr gut gefallen, heißt das noch lange nicht, dass die am besten ankommen. Das ist auch eine Erkenntnis, die wir über die Zeit gewonnen haben. Aber wie gesagt, Video finde ich super und falls irgendeinen zu fair gibt, der auf das Video klickt gibt, das kann noch ein paar gute Klicks vertragen. Mein Lieblingsvideo, gute Frage, mein Lieblingsvideo ist eigentlich das Jongliervideo. Das hat mir am allerbesten gefallen, das weil es eine Bewegungskunst ist, die ich schon selber seit Jahren mache und die irrsinnig gern weitergebe. Und inhaltlich war das digitale Referat eine Herzensangelegenheit, weil ich gesehen habe an meinem Sohn, wie schnell man ein Thema, das einen selbst interessiert, mit anderen teilen kann, egal ob es jetzt in der Schule sind oder nicht. Und das finde ich ist echt zukunftsweisend. Rückmeldungen gab es viele, vor allem zu den Mathematikvideos und zu den digitalen Referaten, weil es kamen dann Antwortvideos, eigene digitale Referate, die von Traktoren bis über wie backe ich Brot oder welche Dinosaurier gibt es. Also es war echt genial, diese Rückmeldungen zu bekommen in Form eines Videos. Und da sieht man auch wieder, dass das, was wir gemacht haben und das, was wir geleistet haben, einen Eindruck hinterlassen hat. Also eine zentrale Sache, die ich selbst gelernt habe, ist einfach am Ball zu bleiben. Es ist relativ normal, jeder kann sich eigentlich nicht selber hören und auch selber ansehen und das beides gemeinsam noch viel weniger. Aber mit der Zeit wird das alles besser und mit der Zeit hat man viel weniger Probleme, Videos zu produzieren und es geht alles leichter von der Hand. Und mit den Ideen ist es ähnlich. Je mehr Videos du produzierst, desto mehr Ideen bekommst du, was du eigentlich als Video produzieren kannst und wie du das aufnehmen kannst. Das heißt, einfach machen, nicht groß überlegen. Unsere Zukunftsperspektive ist, dass wir weiter digitale Lernmedien erstellen, dass wir weiterhin Servicevideos erstellen, aber das, was wir möchten, wir möchten einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei Schülerinnen und Schülern, bei Lehrerinnen und Lehrern und sich selbst dazu motivieren, weiterzumachen. Und YouTube kommt einfach super bei Schülerinnen und Schülern an. Also am Anfang haben wir ja noch alles drinnen produziert und haben schon gutes Feedback bekommen, aber die letzten paar Drehs zum Beispiel, die haben wir draußen gedreht. Und das war zum ersten Mal so Kontakt mit der Öffentlichkeit. Und bei jedem einzelnen Dreh ist wer vorbeigekommen, eine Schülerin oder ein Schüler und hat gefragt, ob wir YouTuber sind und ob sie unsere Adresse haben können. Und da hat man ganz stark gemerkt, das ist ihre Welt, das ist das, was ihnen gefällt und allein dadurch, dass man YouTuber ist, hat man schon einen gewissen Bonus und den wollen wir natürlich ausnützen. Ja, nichts ist unmöglich, einfach machen, haben wir jetzt gehört. Ja, spannende Beispiele der frischgebackenen YouTuber. Auch so funktioniert Digitalisierung sehr anschaulich. Jörg Neumann, wir haben jetzt viel über die Infrastruktur gesprochen, die ist natürlich wichtig, aber man hat ja jetzt auch in dem Video gesehen, das lebt natürlich in Wirklichkeit nur vom Engagement und von den Inhalten. Bei der Digitalisierungsstrategie, die der Jürgen Scheiner-Horski vorher präsentiert hat, geht es ja auch natürlich um die nötigen Endgeräte, aber es geht vor allem um eine neue Vermittlung von Lehr- und Lerninhalten. Was kommt da auf uns zu? Ich habe das in einer der Vorbereitungsrunden oder in der Entwicklungsphase der Wiener Bildungsstrategie klipp und klar gesagt, es geht nicht nur um die Kasteln und um die Kabeln, es geht um die Kinder, es geht um die Eltern, es geht um die Lehrer und es geht um unsere Zukunft. Das ist ganz wichtig, in den Raum zu stellen und da sind wir dann beim Herzen der Wiener Bildungsstrategie, bei der digitalen Bildungsstrategie 2030. Es geht um Kommunikation, es geht um Kommunikation, permanente Kommunikation, nicht nur am Sprechtag, nicht nur am Elternabend, nicht nur in der Sekunde, wo die Lehrerin oder der Lehrer, den Schüler, die Schülerinnen und Schüler, sondern ein permanenter Austausch, der stattfinden kann, der halt mit einem Digital Device unterstützt ist. Es geht um Kommunikation, ganz, ganz wichtig, ein Mehr an Kommunikation auf vielen Ebenen. Es geht um Zusammenarbeit, Collaboration ist heute schon gefallen, es geht darum, wir kennen das aus unserer Arbeitswelt im Hier und Jetzt, es geht darum, gemeinsam komplizierte, komplexe Fragestellungen zu zerlegen und Lösungen zu finden. Da wollen wir unsere Kinder und unsere Jugend mitnehmen. Dafür die Kasteln, wirklich komplizierte Dinge in der Gemeinschaft zu lösen aus, das ist die Zukunft. Und der dritte Punkt, und das ist auch jetzt in den Videos so schön herausgekommen, die Grundlage des Lernens, die Grundlage, wie ich selber acht Jahre mit Kindern gearbeitet habe, Neugierde wecken. Und für mich ist das Größte oder das Wichtigste, heute zu sagen, da sind wir bei der Geschichte, wo stehen wir in zehn Jahren. Wir haben jetzt schon die Situation, dass einzelne Menschen auf den Mars fliegen können. Wunderbar, freut mich für Sie. Die Zukunft in zehn Jahren in Wien kann aussehen, dass unsere Kinder, unsere Jugendlichen in den Wiener Schulen am Nachmittag in den Parks per VR-Brille das gesamte Sonnensystem erkunden können. Und das ist das, wo man hinmüssen. Das schafft Neugierde, das schafft Entdeckergeist und das ist die Grundlage für ein Lernen. Das ist die Grundlage dafür, dass man gern zusammenarbeitet und das ist die Grundlage dafür, dass man sich austauscht und kommuniziert. Das ist das Herzen der Wiener Bildungsstrategie. Wunderschön gesagt. Mein Lieblingswort überhaupt im gesamten Sprachschatz ist hiermit zum ersten Mal gefallen. Neugierde. Was gibt es Schöneres, als wenn man das das ganze Leben lang bleibt? Heinrich Himmer, das ist wohl doch der Inhalt. Wir haben es jetzt gerade gehört. Die Infrastruktur ist nötig. Keine Frage. Auch der WLAN-Ausbau. Es gibt riesige Pläne mit zigtausenden Access Points in den Wiener Schulen. Darüber hinaus auch sonst in den öffentlichen Bereichen der Schulen. Es gibt es ja schon vieles. Es kommt gerade, wird viel Geld investiert. Es braucht die Hardware. Wir haben es gehört von Samsung. Wir haben es gehört von Microsoft. Wir haben es gehört von Apple. Aber es geht im Wesentlichen um die Inhalte, die das Ganze dann zum Leben bringen und jene Euphorie auslösen, die beim Jörg jetzt gerade zu bemerken war oder auch bei den Freaks, die beim Video mitgemacht haben. Also Neugierde ist gleich Lernen und Bildung. Ohne Neugierde gibt es keine Innovation, gibt es keine Weiterentwicklung. Das trifft Unternehmen wie Gesellschaften, Schule, wie Bildung, wie Kindergärten, wie Familie zu, ohne dass man nicht zum Mars fliegen will, wird man auch nie ein Raumschiff bauen. Und ohne etwas entdecken zu wollen, wovon man noch gar nicht weiß, was man entdeckt, sind die ersten wesentlichen Schritte. Und wenn man sich, das weiß ja auch jeder, wie Microsoft gegründet wird, wie dort in der Garage mehr oder weniger die ersten Schritte gegangen worden sind. Es braucht Leute, die Ideen haben, die sie raustragen und es braucht Leute, die hier sitzen, die Pionierinnen und Pioniere sind, für Schulen in Wien, wo eben viel kompliziert und im Kleinteiligen überlegt werden muss, wo viel vorbereitet werden muss, die aber nicht darauf warten, bis jetzt der Himmer das Geldbösel aufmacht oder eine sagt, jetzt machen wir es, sondern die schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten dranbleiben. Und das macht mich unglaublich stolz. Und wenn ich da die zwei Lehrerinnen, die da aus dem Bildungshab, der aus der Bildungsdirektion kommt, dann kommen mir fast die Träne, weil ich immer denke, so viel Freude und Neugier, die da rausgetragen wird, das ist ja ansteckend. Und das ist auch das, glaube ich, was Jörg Neumeier und alle hier gesagt haben, ohne diese Freude und Neugierde auch etwas auszuprobieren, ist vollkommen egal, um welches Thema es geht. Es wird das Voraussetzungen sein. Und das zeigen auch die Digital Days hier, das zeigt Urban Innovation in Vienna und das zeigt auch die Diskussion hier. Das ist jetzt kein Thema, das uns kalt lässt und das ist, glaube ich, das Beste, was uns passieren kann, weil dann wird es auch in den Schulen erfolgreich sein. Bitte Freude und Neugier, aber es gibt Besseres. Ganz am Schluss noch wirklich nur ein Satz, der Pioniergeist, der Heinrich, immer hat es gesagt, auch so ein geniales Wort, Pionier. Also wenn man da vorne mit dabei ist, ganz am Anfang, fühlen Sie sich so? Absolut. Absolut. Wir sind mit Sicherheit Pioniere und das Schöne ist und das ist das, was uns am allermeisten motiviert und da muss ich mich da anschließen. Kinder, die programmieren lernen, die sind so glücklich. Man sieht ihnen an, wie viel Spaß sie am, am Denken haben, am Lösungen empfinden haben. Das heißt, wir sind Pioniere, aber diese Kinder sind auch Pioniere. Wunderschön gesagt, das Pionierhafte, ist das bei Microsoft jetzt auch noch der Fall? Ja, absolut, aber wir sehen uns auch als Ersthelfter, dass andere diese Träume verwirklichen können. Man muss ja im Augenblick wissen, auch die Unternehmen im Augenblick werden in die Zukunft katapultiert. Es geht nicht ohne Digitalisierung. Es ist kein Selbstzweck, aber es geht nicht ohne. Und wir wollen erst helfen, dass unsere Kinder mit Spaß, mit Eigenständigkeit, mit all diesen Fähigkeiten, die sie brauchen, aber auch den produktiven Werkzeugen in der Lage sind, aber auch das Interesse haben, also auch das Interesse an den MINT-Fächern und so weiter geweckt werden, dass sie da, dass sie da mit offenen Augen darauf zugehen, weil das brauchen, ich wünsche mir, dass unsere Kinder in Zukunft dort ihre Zukunft finden, wo auch die großen Möglichkeiten sind und die liegen nun mal auch sehr häufig in der Digitalisierung. So ist es, die MINT-Fächer sind gefallen, ja auch so ein Thema, wo es großen Bedarf gibt. Marvin Peters, Samsung als Pionier, das ist natürlich schon jetzt fast vermessen bei so einem großen Konzern. Fühlen Sie sich als Pionier? Noch immer. Ich glaube, wenn Sie gerade auch den MINT-Fächer sagen, gerade Ausbildung, ich habe es am Anfang auch erwähnt, Ausbildung ist wirklich ein wesentlicher Teil auch in unserem Konzern. Wir haben jetzt eine Initiative, so fangen wir im Oktober an, wir haben 25 Schulklassen in Niederösterreich wieder ausgestattet, werden Ihnen unterstützen in der Digitalbildung. Wir haben in der Vergangenheit mit Coding for Kids genau auch den Bereich aufgegriffen, Robotics näher zu bringen. Wir versuchen immer neue Initiativen. Wir haben den Merk der Superlehre-Challenge infiziert auf lokaler Ebene, weil wir genau gesehen haben, okay, durch den Lockdown ist die Notwendigkeit, sozusagen Unterricht auf dieses Learning umzusetzen, Lehrer damit zu helfen, ihren Austausch untereinander zu unterstützen, war unser ganz wesentlicher Anliegen. Und insofern versuchen wir mit jeder Situation eigentlich in unserem Pionierskreis nach vorne zu heben. Na bitte, Robotics, auch das haben wir sozusagen jetzt nochmal gehört. Ja, große Innovationskraft auch bei Großkonzernen. Wirklich sehr spannend. Stefan Siegel, ob Schoolfox ein Pionier ist, braucht man gar nicht besprechen, zweifellos. Aber wie fühlt man sich in so einer Rolle, also als Startup-Gründer? Ja, wir sind jetzt schon fünf Jahre. Also wir fühlen uns als Pioniere. Ich kann auch für mein ganzes Team sprechen, also auch für jeden Mitarbeiter. Und ich möchte auch für die Bildungsunternehmen insgesamt sprechen. Ich bin ja auch Mitgründer vom Eduhub-Wiener, dem ersten Coworking-Space, rein auf Bildungsunternehmen ausgerichtet. Und da sammeln sich natürlich viele Meinungen und Wünsche zusammen. Und mit einem Wunsch, der da oft geäußert wird, ist eben auch der schnelle und einfache Zugang zu innovativen Schulen. Wer dann auch seine Innovationen austesten kann auf einem schnellen und unkomplizierten Weg. Und das war halt auch ein Wunsch ein bisschen an die Bildungsdirektion und an die Politik. Das würde sehr helfen. Für uns ist es jetzt gar nicht mehr so notwendig, weil wir eh in so vielen Schulen sind, aber das weiß ich auch von vielen unserer jungen Unternehmen, die wirklich gerade in der Gründungsphase sind. Ja, innovative Schulen, das ist das Thema. Noch einmal großen Dank ans TGM fürs Helfen hier bei den Digital Days mit all den Innovationen bei den Lehrerinnen und Lehrern und auch bei den Schülerinnen und Schülern heuer hier wieder mitgeholfen zu haben. Ingolstein, Pionier, glaube ich, braucht man gar nicht lang besprechen. Das ergibt sich aufgrund der ganzen Aura. Wir haben es vorher in der ersten Runde schon gesprochen, wenn man Pionier ist, hat man schon ein bisschen eine Perspektive, wohin führt der Weg? Ganz, ganz kurz gesagt. Also eigentlich finde ich, dass der Weg jetzt ein bisschen weg vom Pionier-Dasein, weg von diesen Leuten, die wir jetzt haben, hin zur breiten Masse führen muss. Das heißt, unsere eigentliche Herausforderung ist, können wir jetzt diese positiven Beispiele, die wir an einzelnen Schulen haben, wie können wir die in die weite Masse tragen? Und meine Zukunftsperspektive eben genau das, dass es nicht mehr auf einzelne Standorte beschränkt sind, sondern dass alle Wiener Schülerinnen und Schüler oder alle Schülerinnen überhaupt Zugang zu diesen Technologien haben und zu diesen Fortbildungsmöglichkeiten. Jetzt einmal die Pflicht Schülerinnen und Schüler und irgendwann einmal alle ist wohl unvermeidlich, das wären dann fast eine Viertelmillion und da reden wir jetzt nur von Schüler, die da kommen und das alleine in Wien. Unfassbarer, natürlich auch logistischer Kraftakt. Zum Schluss, Helmut Stemmer, im Unruhestand, ist ja wirklich spannend. Sie haben Dimensionsantrieb schon hinter sich und jetzt geht es erst um den Fuss. Pionier sozusagen auch mit 20 plus. Also Pionier, wie gesagt, die ersten Schulnetzwerke, Gründung der virtuellen pädagogischen Hochschule seit vielen Jahren, Die erste Lernplattform-Initiative begleitet mit Edomoodle-Projekt, also Pionier auf vielen, vielen Ebenen und immer wieder vor der Herausforderung gestellt, was passiert, wenn jemand sagt, alle müssen. Weil Pionier heißt immer, dass man mit ausgewählten Szenarien arbeitet, mit hochmotivierten Schulen und Schülerinnen und die Pionierschulen haben immer gefragt, woran merkst du, dass wir erfolgreich sind? Da habe ich gesagt, ich brauche nur in die Augen eurer Kids schauen und wenn die leuchten, dann habt ihr alles richtig gemacht. Also insofern ist das der Erfolgs-Bugfaktor pur und ich glaube, in diesem Bereich sollte man weitermachen und wenn die Frage war, wo sind diese innovativen Schulen? Es gibt sie. Es gibt sie überall und man muss sie nur finden und die E-Education-Netzwerk des Bildungsministeriums hat derzeit 3.000 Schulen, die sich voll bewusst mit eigenen Strategien auf den Weg machen und ich denke mir, es wäre gut, wenn hier Land und Stadt und der Mond sozusagen wirklich hand in Hand gehen, die sich schon auf den Weg gemacht haben zu unterstützen, weil alle bedeutet auch entsprechend andere Ressourcen. Also noch einmal, erfolgreich ist man und heute wurde es schon gesagt, wenn die Augen der Kinder anfangen zu leuchten und noch einmal, wenn ich auf das Edo-Makerspace-Projekt reiche, hier leuchten die Augen der Lehrer mit und sie leuchten mit um die Wette mit denen der Kids und wenn solche Dinge in der Schule von heute passieren können, dann brauche ich nicht erst bis 2030 warten. Es passiert heute, hier und jetzt. Die leuchtenden Augen, eine wunderschöne Metapher sozusagen am Ende der digitalen Bildungsstrategie. Ja, es geht darum, jetzt alle mitzunehmen, das Projekt auszunehmen, im gesamten Wiener Schulbereich und darüber hinaus 110.000 Schülerinnen und Schüler jetzt einmal im ersten Durchgang in der digitalen Bildungsstrategie. Es werden wohl mittelfristig alle werden. Ja, vielen Dank fürs Kommen hierher in den Erste Bank Campus. Danke für diese zwei sehr, sehr spannenden Pendels. Euch fürs zweite Wirtschaft mit Politik und Bildungsdirektion und ja, auch fürs erste Pendel. Wir haben zwei Stunden hinter uns, die unsere Zukunft betreffen und die Zukunft der Kinder. Sehr spannendes Thema. Wie immer, vielen Dank für Interesse am Zuschauen und wir haben es gelernt. Lernen ist sozusagen lebenslang in diesem Sinn. Bleiben Sie motiviert und bleiben Sie vor allem neugierig. Alles Liebe, auf Wiedersehen.